Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen im Headroom. Hier ist euer Richard Staudner. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch heute mit mir wieder ein Thema zu Gemüte führt. Es kommt aus dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Es dreht sich heute alles um das Thema Kollagen und Glycin und im Speziellen um diese Aminosäure Glycin und was sie uns bringen kann. Studien versprechen viel, was die Wahrheit hinter diesem angeblichen Schweizer Taschenmesser ist und ob es tatsächlich für den Bewegungsapparat und auch sogar unseren Jungerhalt auf Zellebene etwas beitragen kann. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Leute, als ich dieses Thema Glycin gefunden habe bzw. die Studien dazu gelesen habe, war ich ziemlich aufgeregt und ich möchte euch unbedingt an meinen neuen Erkenntnissen teilhaben lassen. Könnte sein, dass da für einen oder anderen hier etwas Interessantes dabei ist für eure Gesundheit. Bevor ich da rein starte, möchte ich euch aber auch noch etwas anderes erzählen. Es gibt hier diese Website, theartofraw.at. Auf dieser findet ihr großartige Produkte aus dem Bereich Pilze und so weiter, um eure Gesundheit ein wenig zu boosten. Ich bin jetzt gerade drauf und ich sehe zum Beispiel den das stärkste Antioxidant der Welt und das Witzige ist, dazu gibt es wirklich aus Österreich sogar einen Prüfbericht, der das bestätigt. Da dreht es sich um das Produkt Wild Chaga, also der Chaga-Pilz, der aus Sibirien von der Birke gekratzt wird. Den gibt es auch in Wien und tatsächlich hat die TU in Wien einen Testbericht herausgebracht zu diesem Chaga-Produkt und bescheinigt tatsächlich diese enorme antioxidative Wirkung. Also brutal stärker ist jede Goji-Beere, grüner Tee, Matcha und was es nicht sonst alles gibt an der Antioxidantien-Front. So viel dazu. Schaut mal auf die Webseite. Könnte für euch was dabei sein. Gibt es als Teeaufguss oder auch hier so in der Pipette in einer Lösung. Also für jeden was dabei, glaube ich. Schaut mal rein. Die Art of Raw.at. Also die Kunst des Rohen. Leute, aber ansonsten Glycin. Fit und jung für kleines Geld. Das habe auch ich mich gefragt. Natürlich interessiert mich das persönlich besonders und ich möchte euch aber daran teilhaben lassen, was da jetzt bei meinen Recherchen rausgekommen sind. Und jetzt mal hier mal kurz und bündig zum rein starten. Um was geht es hier eigentlich? Eigentlich geht es hier grundsätzlich um das Thema Kollagen. 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 Es ist 30 Prozent der gesamtmasse aller Proteine in unserem Körper. Also wirklich, wirklich viel. Den Namen Kollagen oder das Wort haben sicher viele von euch schon mal gehört. Es ist der wesentliche Bestandteil von unserem Bindegewebe. Das heißt Sehnen, Bänder, Knochen, Knorpel, aber auch Zähne und Teile der Haut. Es ist, kann man sagen, umgangssprachlich der Leim, der alles zusammenhält. Es ist eine sehr feste Struktur und man kann schon sagen, unendlich wichtig für uns, für unseren Bewegungsapparat, für ein gesundes Fortbewegen. Und viele, die wissen, die schon Knorpelschäden haben oder schon mal eine Verletzung gehabt haben im Bewegungsapparat, das ist nicht lustig und ist oft auf den Verlust dieses Kollagens zurückzuführen. Dieses Kollagen ist kaum dehnbar und hat aber eine brutale Zugfestigkeit. Also es ist wirklich wichtig auch für die Verletzungsprävention. Und was aber jetzt wichtig ist, jetzt kommen wir eigentlich zu meinem schon erwähnten Glycin. In dieser Primärstruktur von Kollagen, also das ist das, was wir dann am Ende haben wollen, ist jede dritte Stelle, wenn man das jetzt so biochemisch betrachtet, ein Glycin-Baustein. Da sitzt an jeder dritten Stelle ein Glycin-Baustein. Also das dürfte wichtig sein, würde ich einmal sagen. Glycin ist aber nicht nur jetzt für den Aufbau von Kollagen und so mit unserem Bewegungsapparat wichtig, sagt mal die Theorie, sondern es ist auch super für die Verdauung, für diverse Enzymfunktion in unserem Körper. Es ist auch klasse für unser Immunsystem und es ist auch relevant für die Nervenleitung. Und jetzt für Sportler, die würde ich jetzt einmal sagen, sind so meine Rückschlüsse aus diesen Studien kein unwichtiges Nahrungsergänzungsmittel, eine interessante Aminosäure und insbesondere bei hohem Verschleiß und eben auch bei Sportlern oder auch normalen Menschen, also normale Menschen, nicht Sportlern, die einen hohen Verschleiß an Gelenken haben durch ihre Arbeit oder einfach durch ihr Leben, durch lebendlange Belastung und somit Abnutzung, dürfte Glycin tatsächlich wichtig sein. Und jetzt habe ich heute, wie ich das hier noch fertig recherchiert habe und euch auch noch einen Blog-Eintrag zum Thema Glycin geschrieben habe, der ein bisschen länger ausgefallen ist. Den könnt ihr auf richardstaudner.at nachlesen unter den Blog-Entries zum Thema Ernährung. Ich habe bei der Recherche heute jetzt noch ein weiteres Thema gefunden zum Glycin und das war Schlaf. Also da gab es tatsächlich eine Studie, die kann man auf PubMed nachlesen, wobei ich hänge meine Studien immer unten in die Shownotes rein, beziehungsweise bei den Blogs hängen sie unten dran. Da gibt es tatsächlich eine gute Studie, die zeigt, dass die Glyzingabe abends den Schlaf verbessern kann. Das finde ich auch nicht schlecht. Also das immer wieder für Sportler natürlich und für jeden, aber grundsätzlich für Sportler wieder eine weitere Chance, die Performance anzukurbeln. Ja, aber Forschungen haben eben gezeigt, dass dieses Glycin Mangelware in unserem Körper ist. Das heißt, es fehlt uns so acht bis zehn Gramm oder mehr. Hat auch natürlich mit dem Verbrauch oder mit der Ernährung zu tun und mit dem Körpergewicht und vielen Dingen. Aber diese Studien haben gezeigt, dass es fehlen uns so mindestens acht bis zehn Gramm pro Tag. Also eine ganz schöne Menge. Wir produzieren das ja selber in unserem Körper, aber es wird halt einfach nicht genug produziert, beziehungsweise kommt nicht genug über die Nahrung. Auch wenn man auf die Nahrung schaut, da kommen wir auch noch dazu, was das bedeutet, auf die Nahrung schauen, was zum Thema Glycin. Aber es könnte dann noch immer zu wenig sein. Ja, das muss man jetzt auch am Ende dazu sagen. Am Ende dieses Satzes zumindest. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende. Das sind alles nur Tierstudien. Das heißt, die meisten wirklich guten Informationen, die ich euch heute gebe, kommen aus Tierstudien, nicht aus Humanstudien. Das ist aber leider oft so bei so heißen neuen Themen zu alten Sachen. Bei Glycin, das kennen wir schon länger, wie ich schon vorher gesagt habe, wurde das gerne früher auch in Supplements verwendet. Das heißt zum Beispiel einem Eiweißprodukt und dadurch wurde einfach die Menge an Protein erhöht, wurde aber in ein falsches Licht gerückt. Man hat dann früher gemeint, das ist quasi eine quantitative Auffüllung bei einem qualitativen Verlust, was jetzt im Nachhinein betrachtet überhaupt nicht stimmt. Kurz noch zur Biochemie. Glycin macht etwa 11 Prozent aller Aminosäuren in unserem Körper aus. Das ist nicht wenig, würde ich sagen. Und wir brauchen das einfach für die grundsätzliche Proteinbildung. Also das Glycin in etwa 80 Prozent von unserem körpereigenen Glycin wird für die Proteinbildung verwendet. Ja, Glycin wird aber auch viele, viele andere Funktionen zugeschrieben. Wie bereits erwähnt, macht Glycin bei Kollagen jede dritte Position aus. Es ist verantwortlich für die Flexibilität von Bindungsstellen von Enzymen, auch für Bildung von Neurotransmittern auch geil. Also Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin, Dopamin und dergleichen. Es reguliert, wie ich vorher gesagt habe, Immunfunktionen und es wird auch für die Bildung von Erbmaterialien benötigt. Ja, zunächst nehmen wir mal Glycin durch die Nahrung aus tierischen und pflanzlichen Proteinquellen auf. Das heißt, wie ihr schon hört, Protein, Protein, es geht immer um dasselbe hier. Das heißt, die Proteinquellen sind natürlich das Wichtige. Und am stärksten, wie bei den meisten dieser Supplements, sind halt einfach tierische Proteine und hier auch Fleisch und Fisch, die einfach wirklich sehr hohe Glycinmengen aufweisen. Aber es gibt auch sehr viele pflanzliche Proteinquellen, die hohe Glycinmengen aufweisen, wie zum Beispiel auch Lumpinen. Aber so ein Superstar unter den Lebensmitteln, die viel Glycin enthalten und Kollagen und eben auch alle Bausteine, um Kollagen aufzubauen, ist die gute alte Knochenbrühe. Das ist natürlich wichtig hier zu erwähnen. Und noch Wichtiges zu erwähnen, dass ihr bei einer Knochenbrühe wirklich den Knochen und das Mark wirklich mitverkochen müsst. Das heißt, in der Suppe drinnen. Das heißt, eine Rindsuppe nur mit Rindfleisch reicht da einfach nicht aus. Ihr müsst da wirklich den Knochen mitkochen mit dem ganzen Mark. So oldschool einfach. Ja, und das so lange wie möglich. Das heißt, so eine Stunde ist auch nicht gut. Es wäre schon lässig, das wirklich so 24 bis 36 Stunden dahin köcheln zu lassen, bis es eine richtig geleeartige, kräftige, starke, feste oder dickflüssige, zumindest dickflüssige Konsistenz bekommt. Ja, und ansonsten, ja, mit dem Magi-Würfel wird sicher nicht funktionieren. Also, das heißt, auch die Rindsuppe mit Frittateneinlage im Restaurant oder mit Nudeln drin, das langt lange nicht. Ja, also das heißt, richtig gute Knochenbrühe oder Fleischfisch oder eben supplementieren. Ja, aber die tägliche Aufnahme macht nur einen geringen Teil des Bedarfes aus. Da kommt noch die körpereigene Synthese dazu. Aber das könnt ihr dann im Blogartikel unter richardstaudner.at nachlesen, weil das ist jetzt so Biochemie hoch 2, super langweilig, auch für mich. Und deswegen sage ich, wir gehen hier einmal weiter. Ein Mangel an Glycin, den wir anscheinend alle haben, der ist jetzt zwar nicht lebensgefährlich, aber der kann auch laut Studien den Alterungsprozess ankurbeln, beziehungsweise die richtige Menge an Glycin den Alterungsprozess aufhalten. Aber auch hier wieder Studien an Mäusen und Fadenwürmern, also nicht Würmern, denen Fad war, sondern halt so Fadenwürmern. Da hat es tatsächlich funktioniert, das Leben zu verlängern. Das heißt aber noch nicht, dass es bei uns Menschen passiert. Das wäre cool, wenn man das messen könnte, aber dafür müssten ein paar von uns halt einmal altern, dass man das beobachten kann und in einem schönen, guten Studiendesign dokumentiert werden. Also das wird noch lange dauern. Das heißt, wem das interessiert, das Thema Alterungsprozess, der müsste dann mal hier auf Verdacht supplementieren. Ja, aber super wichtig, wir hatten es eh schon, für den Aufbau von Knorpel, Haut, Knochen, Sehnen, Bänder und so weiter, diese regelmäßige Erneuerung von diesen Gewebetypen. Das heißt, Reparatur ist Glycin einfach wichtig. Also wirklich Reparatur, 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 Bewegungsapparat, da ist Glycin ein, da ist es wirklich ein Superstoff, kann man sagen. Und andere Studien, die ich gelesen habe, zeigen auch, dass diese zusätzliche Glycinsupplementierung die Bildung von kollagenabbauenden Stoffen blockieren kann. Das heißt, das Coole ist, dass wir nicht nur mit Glycin hier den Aufbau fördern, sondern den Abbau auch blockieren oder behindern. Also doppelt gemoppelt, kann man hier sagen. Glycin kann auch aus der Nahrung zumindest konsumiert maßgeblich bei der Bildung von Stammzellen für Muskelproduktion unterstützen. Das heißt, für den Muskelaufbau helfen. Da geht es aber nicht jetzt hier um Bodybuilding oder dergleichen, sondern da geht es eher um Verletzung oder Verletzungen heilen, beziehungsweise die Alterung reduzieren. Das heißt, auch hier Muskelschwund und dergleichen theoretisch auch hier einsetzbar um diesen Prozess. Auch was unseren Umgang mit Stress, biologischen Stress, beziehungsweise oxidativen Stress im Körper betrifft, dürfte Glycin eine gute Hausnummer sein. Glycin unterstützt auch die Bildung von Antioxidantien in unserem Körper. Beispielsweise das quasi körpereigene Superantioxidant Glutazion. Und das zählt ja doch als das wichtigste Antioxidant in unserem Körper. Und für dieses Glutazion braucht es in unserem Körper mehrere Kofaktoren, um das zu bilden, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin B und dergleichen. Aber ganz besonders Glycin. Und Glutazion ist besonders wichtig jetzt zum Beispiel in der Modulierung des Immunsystems, also Unterstützung des Immunsystems, aber auch bei der Entgiftung der Leber, also der täglichen Entgiftungsarbeit unseres Körpers. Aber auch jetzt zum Beispiel bei der Mitochondrien und unserem Energiehaushalt, also ein indirekter Leistungssteigerer ist dieses Glutazion. Weiters verbessert es auch unsere Zellprozesse. Es hat sich gezeigt in Studien, dass wir mit dem Alter die Fähigkeit Glutazion selber herzustellen in unserem Körper leider verlieren. Das heißt, das nimmt tatsächlich ab. Somit sind wir biologisch gesehen weniger stressresistent. Aber auch in anderen Bereichen könnte das zu einem Problem werden, denn neueste Forschungen zeigen oder man forscht zumindest in diese Richtung, dass Glutazion auch bei der Krebsprävention helfen kann. Ja und wie wir wissen, am Ende des Tages sterben wir nicht am Alter, sondern an der Erkrankung. Das heißt zum Beispiel Krebs. Ja, jetzt ist dieses Glycin besonders wichtig für die Bildung von Glutazion in unserem Körper. Da fragt man sich natürlich, warum soll ich nicht gleich Glutazion supplementieren? Weil ich sehe jetzt mittlerweile, dass Glycin wirklich dieses Schweizer Taschenmesser ist, diese eierlegende Wollmilchsauer, die so viel kann, also ein Bewegungsapparat in der Unterstützung beim Muskelaufbau und jetzt auch hier gesehen beim oxidativen Stress helfen kann. Und wir sind noch lange nicht fertig, es kommen noch andere Sachen. Und ich möchte nicht so viele Nährstoffe in meinem Alltag supplementieren. Ich möchte nicht mit einer Pillendose von 10 bis 15 Tabletten täglich rumlaufen, wie es viele leider dann später im Alter mit Medikamenten machen müssen. Ich sage dann, ich supplementiere lieber Glycin und erreiche damit so viel mehr Prozesse, als wenn es nur Glutazion ist. Und erschlage damit aber auch den Wunsch, dieses super Antioxidant in meinem Körper zu bilden. Und weil wir gerade auch vom Thema Alterung gesprochen haben, hier gibt es auch wirklich grandiose Forschungen und Leute, ihr könnt diese Sachen immer nachlesen. In diesem Fall, wie gesagt, auf meiner Webseite richardstaudner.at unter Blog, da findet ihr den Artikel zu Glycin und da sind alle diese Studien unten, die Links dazu angeführt, da könnt ihr das alles nachlesen. Aber zurück zum Altern. Die Forschung zeigt, dass ein hoher Homozysteinspiegel unter Verdacht steht, Alzheimer auszulösen im Alter dann. Und diese Homozystein-Werte, die ihr auch im Blut messen könnt, denen werden weiter nachgesagt, dass sie Schädigungen der Blutgefäße zur Folge haben können und mitunter auch Arterienverkalkungen verursachen und kognitive Störungen erzeugen können. Und das Lässige an der ganzen Sache, ist Glycin ist in diesem Prozess beteiligt und kann die Anhäufung von Homozystein verhindern. Das hat sich halt wiederum nur in Tierstudien gezeigt, also die Humanstudien dazu fehlen leider noch. Aber diese Tierstudien haben einfach gezeigt, dass dadurch einfach die Lebenserwartung der Tiere gestiegen ist. Das heißt, Glycin hat hier in der Wirkung auf den Homozysteinspiegel tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung in Tierstudien. Und ein Thema, vielen schon bekannt, das metabolische Syndrom, beziehungsweise auch Diabetes. Das metabolische Syndrom, das kennen viele von euch, jetzt unter den Risikofaktoren zumindest, da zählt dazu der hohe Blutdruck, Blutdruckwerte im allgemeinen, hoher Bauchumfang, die schlechten Blutfettwerte, zum Beispiel der Blutzucker. Ja und beim Zusammenkommen dieser Risikofaktoren ist es einfach, es sind Folgeerkrankungen einfach die Gefahr, die große Gefahr. Da gab es auch eine gute Humanstudie, also dieses Mal an Menschen, mit 74 diabetischen Patienten. Und dort hat sich gezeigt, dass 15 Gramm Glycin, also relativ hohe Menge, 15 Gramm Glycin täglich, die Langzeitwerte des Zuckers im Blut gesenkt haben. Also das heißt, den HbA1c. Wir sprechen hier nicht von dem Blutzucker, den ihr täglich zu Hause selbst messen könnt oder den Arzt auch in der Praxis misst, sondern wir reden von dem, der bei einer Blutabnahme gemessen wird. Das heißt, das ist eher eine Langzeitbetrachtung, so kumuliert kann man sagen. Und der ist deutlich wichtiger als der täglich gemessene Zucker, weil der so stark abhängig ist davon, was habe ich gestern Abend noch gegessen. Manche unabsichtlich da noch vielleicht irgendwo etwas snacken, bevor sie zum Arzt gehen und dann den Blutzuckerwert des Tages sowieso komplett aus der Bahn kippen. Also HbA1c, das ist der, der wichtig ist, ist eigentlich bei jeder Blutanalyse eures als Hausarztes auch mit dabei. Und Glycin kann ja tatsächlich eine direkte Wirkung hervorbringen. Ja und weiteres hat man auch gesehen, dass in dieser Studie, dass diese Glycinmengen auch die Entzündungsmediatoren reduziert haben. Das heißt tatsächlich auch hier die Entzündungsparameter im Körper runtergegangen sind. Was Tierversuche auch gezeigt haben, ist, dass Glycin die Bildung und Wirkung von entzündungsfördernden Substanzen aus dem Fettgewebe blockiert und die Insulin- und Zuckertoleranz generell verbessert. Ja, das ist tatsächlich auch nachgewiesen worden, aber dieser Part halt eben wieder nur in Tierversuchen. Generell scheinen aber Patienten mit Diabetes oder starkem Übergewicht niedrige Glycinspiegel zu haben. Das ist so der Gegenbeweis. Und jetzt ist aber natürlich auch unklar, ob das Folge oder Ursache ist. Das kann man ja noch nicht sagen. Aber da müsst ihr wie immer euer eigenes Bild machen. Ich habe mir dieses Bild schon gemacht. Und deswegen komme ich hier zum Fazit, dass für mich Glycin grundsätzlich eine sehr interessante Supplementationsmöglichkeit ist und ich dem auf jeden Fall eine Chance geben werde. Man sieht es generell als grundsätzlich sicher. Das heißt, man braucht jetzt hier keine Sorgen haben, dass man hier wie bei anderen Supplementen wie zum Beispiel Zink oder gar auch Omega-3, ja Leute, auch Omega-3 kann man überdosieren, wenn man langfristig hohe Dosen nimmt, weil es auch hier zu oxidativen Prozessen kommt. Bei Glycin ist diese Gefahr mal vorerst nicht zu erkennen. Was halt fehlt, sind halt groß angelegte Humanstudien, aber wie so oft bei Dingen, wo man nicht viel Geld machen kann. Die Pharmaindustrie interessiert sich überhaupt nicht für Glycin. Du bekommst ein halbes Kilo Glycin online bestellt bei einem guten Brand um 10 Euro. Da kann man sich schon mal denken, dass da kein Mensch Interesse hat, da viel Forschung anzustreben. Denn ein Medikament kostet halt einfach das 10- bis 10.000-fache. Und deswegen ist Glycin einfach nicht relevant für die Big Pharma, sagen wir mal so. Ja, von meiner Seite, wie gesagt, ich bin jetzt bei 10 Gramm pro Tag. Das ist so die Dosis, die ich nehme. Das sind etwa zwei gescheite, also zwei ordentliche Teelöffel. Und damit komme ich gut zurecht. Ich habe überhaupt keine Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen oder dergleichen. Bin super happy mit der Menge und ich werde einfach sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das entwickelt, ob da tatsächlich irgendwas Merkbares passiert. Natürlich, wie wir schon vorher gesagt haben, gibt es Lebensmittel, die Glycin auch viel enthalten. Das ist vornehmlich natürlich Proteinquellen, tierisch gesehen. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte natürlich. Und die gute alte Knochenbrühe mit dem Mark drinnen, das ist ganz wichtig. Das ist so der Superstar darunter. Und im pflanzlichen Bereich gibt es natürlich auch sehr viele Samen und Pflanzen, die das enthalten, wie zum Beispiel schon erwähnt Lupine. Da gibt es auch ein Mehl dazu, mit dem ihr packen könnt. Wichtig wäre noch gesagt, Vitamin C ist ein ganz toller Kofaktor. Haben wir vorher schon gehört bei Glutazion, dass man Vitamin C braucht für diese Synthese und für die Herstellung und dass auch das Glycin braucht es. Das heißt, ihr solltet schon darauf schauen, dass ihr zumindest ausreichend Obst konsumiert, wenn ihr das Glycin verwendet. Das heißt, auch Vitamin C-haltiges Obst oder Gemüse, wie Sauerkraut zum Beispiel, das verbessert die Aufnahmekapazität dann in eurem Körper. Und wichtig, bitte auf meiner Webseite richardstaudner.de findet ihr im Blogbereich noch diesen Artikel geschrieben. Das heißt, ihr könnt das dann nachlesen und weiterschicken, gerne in Deutsch und in Englisch. Und da möchte ich auch noch euch bitten, hinterlasst mir hier doch mal ein Like oder abonniert gleich diesen Kanal, weil es wird jetzt noch viel mehr aus dieser Richtung folgen. Und ihr könnt natürlich auch mal auf YouTube schauen. Hier bin ich unter Richard Staudner zu finden mit meinem YouTube Channel. Da geht es eher um das Thema Lifestyle. Das heißt, ich begleite dort viele Profisportler bei ihrem Training, bei ihrem Leben, bei ihren Wettkämpfen, bei ihren Vorbereitungen und so weiter, hat ein bisschen einen Serienstil. Das heißt, dort schaut das Ganze ganz anders aus, als jetzt zum Beispiel hier, wo es ja ganz viel nur um Fakten und Lehrreiches geht. Schaut da mal rein, Richard Staudner auf YouTube. Und last but not least, Leute, Chaga, weil wir so viel von oxidativ, antioxidativ und biologischen Stress und so weiter und Lebensverlehrung gesprochen haben heute ist. Ja, auf der einen Seite, Leute, reduziert euren Stress. Das ist der Hebel Nummer eins für eine optimale Gesundheit. Und natürlich kann ich supplementieren und das geht auch sehr natürlich. Es muss nicht immer eine Kapsel sein. Chaga, da gibt es supergeile Tee-Auszüge oder Pulver und auch Extrakte von theartofraw.at, das ist die Webseite. Theartofraw, das ist die Firma, die österreichische Firma, die diesen top reinen und hochwirksamen von der TU bestätigten Chaga-Pilz vertreibt. Und die haben jetzt, ich habe ihn letzten Samstag erst das erste Mal probiert, einen Eistee auf den Markt gebracht. Der ist jetzt gerade im Kommen. Den gibt es jetzt mal nur exklusiv bei Tommy Hilfiger in Pandorf. Ja, das klingt crazy, ist aber so. Und dieser Chaga-Eistee, den gibt es dann auch bald in Kundendorf zu kaufen oder sicherlich auch online auf theartofraw.at. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und der Eistee, der ist nur mit Dattelsirup gesüßt und ein bisschen Zitronensaft drinnen. Und ansonsten das Wasser ist steirisches Quellwasser, das hier verwendet wurde für diesen Teeaufguss. Also wer jetzt gerade noch den Rauch- oder Lipton-Eistee schlürft, der sollte den zur Seite stellen, denn bald kommt der Chaga-Eistee. Schmeckt noch geiler und ist saugesund. Irre, oder? Leute, danke vielmals fürs Einschalten. Es ist mir immer eine große Freude, wenn ihr dabei seid und mir zuhört und meine Artikel auch liest. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und der Artikel zum Thema Glycin hat ein paar Augen geöffnet. Macht es gut und habt auch einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön. Glycin Glycin Glycin